Tja, alle, die meinten, ich baue das Lager eh nicht fertig in den Kommentaren. Es fehlt nur noch was unten drunter. Ansonsten ist es fertig. Ja, klein aber fein, habe ich doch gesagt. Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft für Anfänger. Und heute werden wir mal eine Weizenfarm bauen, denn wir brauchen unheimlich viel Weizen für den ganzen Lehmgedönsel und so. Und vielleicht, weil ich auch was in meine Futterluke schieben will. Und deswegen werden wir Weizen machen. Bevor wir aber lange rumquatschen, die letzte Sache. Wenn du einer von diesen 80% bist, die noch nicht abonniert haben, dann mach das doch. Es kostet nichts, es tut nichts weh. Und ich meine, ihr schaut ja schon fleißig, das ist echt nice. Danke dafür. Dann kann man ja auch mal auf Abonnieren drücken. Aber, wie machen wir das jetzt eigentlich mit dem riesen Weizenfeld BZW der Weizenfarm? Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist ein bisschen Eisen besorgen. Also wir brauchen auf jeden Fall etwas Eisen. Und wir können mal gerade gucken, ein... Ne, nicht ein Spender, ein Werfer brauchen wir. Hier, ein Werfer... Die Bögen sind halt echt doof, weil Fäden zusammenzukriegen, wenn man jetzt nicht nachts Spinnenjagen geht, ist das halt echt ein bisschen blöd. Das sieht ja cool aus hier, ne? Aber wir müssen erstmal irgendwie an unserem Sumpfrandenhöhle finden für Eisen. Das wäre halt echt gut. Und ich habe nichts zu essen dabei, ne? Ja, das ist jetzt nicht so nice. Aber dann sprinten wir halt nicht. Was ist das denn hier bitte für eine saukranke Ecke? Nein, Lars. Klein und fein. Nicht ablenken lassen hier. Ey, das ist voll der coole Durchgang. Man kommt von dem Sumpf dann hier rüber in... In einen Akazienhof. Wie cool ist das denn? Und da ist Eisen. Und da ist auch Eisen. Und da. Und hier geht es hoffentlich richtig weit runter. Das wäre echt schön. Dann könnte man da nämlich... Das ist total lustig, dass dieser Tunnel vom einen ins andere Biom führt. Das ist einfach mega, mega cool. Tja, noch nicht so cool wie ich. Was? Und... Oh, ähm... Alter. Aua, hör auf. Hör auf, hab ich gar keinen Bock drauf. Hör auf. Habe ich gar keinen Bock drauf, hör auf. Jetzt möchte ich hier voll den Indiana Jones Move und ich wette, da ist nur ein Eisen. Pass auf. Ne, okay, da ist ein zweites. Okay, hier war eine ganze Menge Eisen. Das ist schon mal gut. Dann brauchen wir gar nicht weitersuchen. Das ist so geil. Dschungel, Sumpf, Akazie. Okay, wie komme ich jetzt hier? Okay, okay. Juuu. Ja. Das ist unser Lager, ne? Ja, das ist das Lager. Das ist so schwer hier zu erkennen. Aber jetzt hauen wir schnell das Eisen in den Ofen und dann gehen wir kurz zu unseren Feldern und machen uns ein bisschen was zu essen. So, 14 Eisen. Sehr schön. Ah, die Sonne geht schon unter. Die Sonne geht schon unter. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Natürlich ernten wir nur das Fertige hier, ne? Au, drei Brote. Das hat sich voll gelohnt. Ich kann schlafen, obwohl die Spinne mir bis zur Haustür gefolgt ist. Okay. Weird. Spinne. Hallo, Spinne? Gibt es eigentlich Leute da draußen, die nicht wussten, wie Eisen aussieht? Ich meine, jetzt weiß man es, aber gibt es die? Dann schreibt mir in die Kommentare. Wir alle waren ja mal neu, ne? Wir alle haben ja mal mit Minecraft angefangen und wussten nicht, wie es aussieht. Aber ich habe jetzt extra nichts gesagt zu Eisen. Ich mache nämlich einen Eimer. Das nehme ich ganz gut. Einen Eimer. Nur einen. Mehr brauchen wir gar nicht. Eine Schaufel können wir machen. Eine Schapitzhacke können wir machen. Eine Axt. So, ja. Ich glaube, das kann man so machen. Ein Schwert brauchen wir nicht. Die Axt macht sowieso mehr Schaden als ein Schwert. Aber nur in der Java, in der Bedrocks ist das nicht so. Und jetzt machen wir eine strukturierte Weizenfarm. Dafür muss man nur ein paar Dinge wissen. Ein paar. Oh, Melon. Ja, die können wir doch mampfen hier. Gebt mal her. Und die kann man super mit der Faust abbauen. Aber wusstet ihr, dass eure Werkzeuge das Doppelte an Haltbarkeit verlieren, wenn ihr mit dem falschen Werkzeug etwas abbaut? Also, wenn ich jetzt die Spitzhacke nehme und baue den Baum damit ab, dass die Spitzhacke doppelt so viel verliert, wie wenn ich mit der einen Stein abbaue. Ich überlege gerade, wohin mit der Farm. Oh mein Gott, ist das hoch. Ich überlege gerade, wohin mit der Farm. Ich würde die eigentlich gerne voll hier reinlaufen lassen. Aber das ist so hoch und das wären so viele Etagen. Uff, das wäre riesig. Aber wir brauchen auch riesige Mengen. Okay, riesig, aber fein. Erstmal, warum ein Eimer? Wir können uns Wasser nehmen, hier mit Rechtsklick. Und das Ding ist halt einfach, wenn wir Wasser ausschütten. Pass mal auf. Noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, wie weit fließt der Spaß? Ja, genau. Also, wir haben 8 Blöcke, die das fließt. Das heißt, hier, wenn wir jetzt hier buddeln, kommt kein Wasser mehr an. Aber, wenn wir da buddeln, dann fließt es ab da wieder 8 Blöcke weit. You know? Und wenn ich jetzt anfange und würde so ganz viele Etagen machen, die hier unten ins Wasser laufen, dann holy moly. Also, dann habe ich ja, guck mal, wie hoch ist das denn? 1, 2, 3, da muss ich ja 24 Blöcke oder was nach hier hinten bauen. Das würde schon echt bis hier hinten hingehen. Und ich muss halt die ganze Erde wegklatschen. Fangen wir mal an, ne? Weniger schnacken, mehr machen. Zur Planung sei aber noch kurz gesagt, wenn wir jetzt hier Wasser hinmachen, dann wird in 4 Felder Richtung hier, da, 3, äh, 3, 4, 4 in die, aber auch 4 diagonal. Das heißt, hier, hier, hier und hier wird alles bewässert. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, okay, wir brauchen eigentlich nur 2 von diesen Wassersträngen und müssen 8 Plätze dazwischen lassen. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das hier wäre Farm. So, jetzt mache ich das mal so noch ein bisschen runter. Und daneben käme das Wasser. Das heißt, 1, 2, 3, das ist so viel, was ich abbauen muss. 8 Stück. Also von da würde es bis wohin laufen? Bis... Warum läuft das dagegen und da rein? Oh, ich habe mich verzählt. Oh, nicht der wandernde Händler, bitte nicht. Na klar, na klar, komm doch gleich hier reingesprungen. Das Blaueis würde ich glatt kaufen, wenn ich die Smaragde hätte, aber habe ich nicht. Na gut, egal. Hallo, schön, dass du da... Ja, laber doch deine Lamas voll, lass mich in Ruhe. Ja klar, komm doch mit. Ich kaufe nichts, Mann. Geh doch weg jetzt. So, auf die 8. Reihe habe ich jetzt eine Reihe Blöcke gemacht, ne? Weil das Wasser soll ja schließlich bis nach hinten hin... Ja, oder jetzt gerade hier hinlaufen. Das Wasser sucht sich immer den tiefsten Punkt. So, das Wasser soll natürlich bis nach hinten hinlaufen, ne? Und dann auch wieder in die nächste Etage. Deswegen immer sieben Blöcke. Wir haben ja gelernt, ne? Wenn es einen Block runter fließt, dann fließt es wieder weiter. So, und jetzt müssten wir quasi hier hingehen, ne? Und denselben Spaß von vorne machen. Vielleicht mal eine Fackel, ne? Wäre ganz gut. Uff, Tag 1 ist vorbei. Und wir haben das geschafft. Ich hätte vielleicht mein Bett mitnehmen sollen, ne? Ich nehme es mal mit. So, meine Etagen stehen. Und das Traurige ist, das ist noch lange nicht alles. Aaaaaah! Weil wir wollen ja Sachen anpflanzen. Das heißt, alles was Stein ist, abgesehen von hier ganz außen. Abgesehen von hier ganz außen an beiden Seiten. Muss raus und mit Erde ersetzt werden. So, meine Wasserrutsche ist voll mit Erde. Wat für Wasserrutsche? Natürlich hier die Weizenfarben, man jetzt... Aber... Ist da gerade ein Frosch gesprungen? Einfach so, Patsch! Ja, ist wirklich okay. Aber, ähm... Jetzt ist es so, wir müssen die ganzen Ränder hier einmal ausschaben. Also das heißt, wir müssen hier einmal... Einmal die Ränder links und rechts ein Block tiefer komplett abkratzen nach unten. Und wenn wir das geschafft haben, dann sehen wir, ob wir richtig gezählt haben und das Wasser hier entlang fließt. So. Einmal Wasser rein und gucken. Es läuft, es läuft. Und guck mal, beobachtet mal hier. Es nimmt schön alle Blöcke mit. Sehr schön. Nochmal auf der anderen Seite. Go! Sehr schön. Jetzt bleiben die Blöcke natürlich hier hängen, weil von da Wasser kommt und von da, ne? Das müssen wir unterbinden. Ich hab da nämlich eine Idee. Und zwar müssen wir dafür hier am Ende, weil jetzt hier Wasser ist, ne? Ein Block tiefer. Hier müssen wir eine Reihe Blöcke machen. So, und dann nochmal hier vor, dass das Ganze dann abgetrennt ist. Dann machen wir hier das ganze Wasser einmal weg. Sehr schön. Und jetzt hier nochmal hin. Wieso fließt das hier ein weiter als da? Wahrscheinlich hier wegen, oder? Aber ich hab einen Fehler gemacht. Wir müssen hier nochmal eine Reihe drunter bauen. Und nochmal hier vor. So. Denn ich würde gerne hier... Ah, da ist noch Wasser. Warte. So, zu. So. In die Mitte laufen lassen. Jetzt müsste ich nur wissen, warum das hier quasi ein weniger läuft. Ich versteh's ehrlich gesagt nicht. Das ist doch exakt gleich. Warte, ich mach's nochmal weg und schütz nochmal hin. Tschüss Wasser. Viel Spaß. Hallo neues Wasser. Viel Spaß. Okay, jetzt fließt... Wahrscheinlich, weil hier dieses Loch war. Jetzt fließt es da hin. Okay. Das müssen wir jetzt so machen. Und... Hier in der Mitte trifft es sich. Das ist ganz gut. Dass es sich hier in der Mitte trifft, ist gut. Aber warum machen wir eigentlich den ganzen Spaß? Das ist ganz einfach. Wenn es Items mitnimmt, dann können wir den Wasserpfeil ja auch benutzen, um quasi das gesamte Weizen einzusammeln, ne? Und das ist da unser Plan. Das heißt, wenn ich jetzt hier Wasser hinschütte, sollte das bis nach da unten fließen. Damit es nicht einfach nach links und rechts in die Rille rollt, äh, fließt, wie beim Bowling, müssen wir diese Rillen hier natürlich noch zumachen, ne? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können einfach Erde nehmen. Also einfach drüber bauen, so. Und dann hier... Das wird nicht klappen, weil dann pitchen wir das ab, ne? Wollen wir so machen. Dann knipsen wir das ab. Das ist uncool. Also so. Oder wir machen es jetzt so, dass... Warte, wenn ich hier jetzt einen raus mache und dann blocken, dann fließt es aber nicht mehr so weit, oder? Mal offensichtlich nicht. Jetzt nehmen wir mal hier das Wasser und hauen das einfach mal hier hin und schauen, was passiert. So. Das passiert. Und jetzt läuft es hier rein. Das ist nämlich genau das, was ein bisschen doof ist. Wir können es auch ganz einfach lösen. Wir machen das hier zu. Da. Und schütten da neues Wasser rein. Dieses Wasser ist ja nur zur Bewässerung da. Und nicht zum Abtransporter. Das heißt, wir können quasi in jedes Loch einmal Wasser schütten. Und fertig. Vorher aber eine unendliche Wasserquelle, damit wir nicht immer runterrennen müssen. Das ist auch ganz einfach. Wir machen so. Lassen hier drei Blöcke. Einmal Wasser links. Einmal Wasser rechts. Und jetzt können wir immer aus der Mitte nehmen. Das füllt sich immer wieder auf. Das heißt, hier wieder Wasser rein. Und zugemacht. Hier unten muss ich natürlich auflassen. Ich hält. Das soll ja alles hier reingespült werden und dann sich da in der Mitte treffen, ne? Da kann ich da ja nicht Wände hin machen. Aber jetzt müsste der ganze Spaß funktionieren. Pass auf, wir machen ihn da so. Zack. Jetzt hier Wasser hinschütte. Müsste das Wasser. Und es läuft. Und es läuft. Und es... Super. Super. Es funktioniert. Und das Schöne ist, Wasser macht halt Weizenfelder kaputt. Das heißt, das Getreide oder Weizen wird geerntet und gleich runter in die Mitte gespült. Wir müssen uns also verhältnismäßig um wenig kümmern. Wir schütten mal Wasser rein. Und tschüss. Ich hoffe, jetzt bin ich in meine eigene Wassergrube gefallen hier. Nicht so geil. Und hier nochmal. Das können wir da weg machen, ne? Ach, in der Zeit ist drüben alles gewachsen. Das ist ja schon mal gut. Da bekommen wir nämlich einen Haufen Samen wieder. Die brauchen wir eh. Man könnte die Farben jetzt noch semi-automatisch machen. Das heißt, dass quasi das Wasser, was hier runterläuft und das Einsammeln unten, das könnte man noch so per Knopfdruck machen. Aber dafür haben wir die Sachen noch nicht. Und das machen wir vielleicht in einer der späteren Folgen. So, als kleines Gadget zwischendurch. Jetzt müssen wir erstmal warten, dass das alles wächst. Und dann können wir hier oben einfach Wasser runterschütten. Dann ist alles unten in der Mitte und wir können es einsammeln. Ich würde nur hier oben, weil wir müssen hier schon dreimal Wasser setzen oder viermal. Also einmal in der Ecke, einmal in der Ecke. Dann läuft ziemlich viel in die Mitte, aber nicht runter. Und dann müssen wir halt in der Mitte noch einmachen, damit alles nach unten läuft. Und weil das dreimal Wasser ist, würde ich hier oben auf jeden Fall eine Wasserquelle machen, damit wir nicht immer komplett runterrennen müssen für jeden Eimer. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite von dem See hier und gucke mal, wie das aussieht, wenn man so von etwas weiter Entfernung reinguckt. Alter Schwede, da wird eine ganz schöne Ecke reingerissen. Aber es sieht schon cool aus, ne? Aber nicht nur semi-automatisch, man kann auch vollautomatische Nahrung bekommen. Aber dafür haben wir die Sachen auch noch nicht. Ich finde, das ist ein super Kompromiss gerade für am Anfang. Es ist schnell gebaut. Ich habe jetzt keine Stunde gebraucht, um das quasi alles da reinzuhacken, Wasser hinzuschütten, fertig. Und dann muss man halt einfach nur noch oben ein bisschen Wasser runterschütten. Da kann man unten ganz, ganz viel einsammeln. Ich glaube, das ist eine gute Lösung. Was wir auch noch brauchen, ist richtig viel Leder. Aber das machen wir nicht mehr heute. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause. Sehen in der nächsten Folge, wie das ausschaut, wenn da sechs Stacks Weizen runterwandern. Und ich bin raus. Ciao mit V.